Warum eine Laundry-Maschine in der Wahn? Wir müssen die Kette schlafen. Wenn man diese Woche aus der Aktion rausläuft, an der Diefurststrasse in Zürich, bietet sich ein ganz anderes Bild als normal. Und zwar steht man mitten auf einem Campingplatz. Da sind sich die Nationalteams auf die Velo-WM vorbereitet und wir haben ihre Wahn geschaut. Du schaust nicht in diesen Campers, oder? Es ist nur für die Vorbereitung. Ja, das ist wahr. Wir leben und leben in einem Hotel, aber wir haben viele Fahrzeuge und Equipment, um die beste Vorbereitung für die Räder zu machen. Und das ist das, warum der Camper hier ist. Wir haben Bikestands, einige Seeds, coolboxen mit Energie und Wasser, und coolen Vests, damit sie sich cool halten. A lot of Equipment für die Mechaniker und Tools und so weiter. Es ist ein großer Circus für nur eine Federung. Was ist dein Job? Mechanik. Was haben wir hier mit dir? Wir haben ein paar Tools, Wheels und die Bikes. Das ist genug. Ich werde die Road Race am nächsten Sonntag und ich hoffe, dass ich die beste Räder auf der Welt behalten kann. Für sicher wird die Räder fantastisch sein. Und wir möchten alle die Managementen hier bedanken. Sie machen wirklich gute Efforte, für die Cyklisten und für die Bevölkerung. Ich habe drei World Champion Events gemacht, und das ist, ich denke, eine der besten von ihnen. Du hast eine große, große Van. Was ist da drin? All unsere Vans haben Laundry-Machines. Wir müssen alles cleanen. Und wenn du hier für eine Woche bist, musst du viel Laundry machen. Wie viele Leute haben wir mit dir? Um die großen Nationen zu vergleichen, wir sind eine sehr kleine Team, aber wir versuchen das Beste, und sehen, was wir tun können. Wir sind gerade angekommen beim Camper des Schweizer Nationalteams, bei Simon. Wir haben im Gesamten drei grosse Fahrzeuge. Und heute, für das U19-Härer-Rennen, haben wir einfach unser kleines Camper dabei. Aber gehen wir noch mal anschauen. Überall hier drin haben wir voll das Zeug. Es gibt hier ganz viele verschiedene Varianten, wo eigentlich jeder Fahrer schon weiss im Vorhinein, vor dem Rennen muss ich genau zwei Regeln zu mir nehmen. Ich muss sehr viel Schirr vor mir nehmen. Wie man auch sieht, das hat sehr, sehr viel Essen. Ein Velo-Fahren ist immer ein grosses Thema, dass man genug Kalorien zu sich nehmen kann. Darum haben wir sicher auch genug Esswaren, die kalorienhaltig sind. Was haben da so viele Produkte? Ich sehe so ein bisschen Brot, es hat aber auch Chips, Snacks, Schokolade. Nach dem Rennen macht es Sinn, wieder den Zuckeraushalt aufzufüllen. Dementsprechend sind es sicher schnell verfügbare Sachen. Aber während dem Rennen oder vor dem Rennen nutzen wir die Produkte von Sponsoren, die optimal auf die Leistung konzipiert sind. Was wir natürlich auch haben, sind Dusche und WC, die sich die Fahrer nach dem Rennen abduschen oder natürlich vor dem Rennen ein schönes Angespieße machen. Das war's für heute. Aber wir sind ja auch hier. Aber wir sind ja auch hier. Und wir sind ja auch hier. Vielen Dank.